Wie verhält es sich mit der Flächen- und Volumenausdehnung von Festkörpern und Flüssigkeiten? Das sehen wir in diesem Video. Herzlich willkommen zu diesem Video, ich bin Andoria von Educanova. Betrachten wir eine quadratische Metallplatte mit der Kantenlänge L0 und dem Flächeninhalt A0. Beim Erwärmen verlängern sich die Kanten um ΔL. Dabei wird auch der Flächeninhalt um ΔA vergrößert. ΔA können wir in drei Teilflächen aufteilen und die dann zusammenzählen. Das Teilstück ΔL² ist verglichen mit den beiden anderen Teilstücken relativ klein und kann deshalb vernachlässigt werden. Ersetzen wir ΔL durch das Längenausdehnungsgesetz. Lösen wir die Klammern auf. L0² ist gerade A0. Fassen wir die bisherigen Erkenntnisse zusammen. Längenausdehnung ist eindimensional. Denken wir uns den Faktor 1 in die Formel. Flächenausdehnung ist zweidimensional. Der Faktor 2 kommt in der Formel vor. Mit der gleichen Überlegung lässt sich das Volumenausdehnungsgesetz herleiten. Volumenausdehnung ist dreidimensional. Somit muss der Faktor 3 in der Formel vorkommen. Bei Feststoffen macht sowohl das Flächen- als auch das Volumenausdehnungsgesetz Sinn. Bei Flüssigkeiten macht jedoch nur das Volumenausdehnungsgesetz Sinn. Deshalb wird anstelle von 3 Alpha der Buchstabe Gamma verwendet. Dieser steht für den Volumenausdehnungskoeffizienten. Bei dieser Aufgabe wollen wir uns anschauen, was mit einer Flüssigkeit in einem Behälter passiert, wenn sich das Ganze aufwärmt. Bei der Teilaufgabe A berücksichtigen wir nur die Ausdehnung der Flüssigkeit, bei Aufgabe B berücksichtigen wir auch noch, dass sich der Behälter mit ausdehnt. Bei Aufgabe A brauchen wir das Volumenausdehnungsgesetz für Flüssigkeiten. Wir können direkt die Werte in die Formel einsetzen. Das Volumen kann in einer beliebigen Einheit eingesetzt werden, entsprechend ist das Resultat in der gleichen Einheit. In diesem Fall erhalten wir 0,816 Liter. Das bedeutet, dass etwas mehr als 8 Deziliter überlaufen. Wenn sich der Behälter auch aufwärmt, wird sein Fassungsvermögen größer. Wir brauchen dazu das Volumenausdehnungsgesetz für Feststoffe. Wir setzen die Werte ein und erhalten 0,055 Liter. Diese Ausdehnung reicht nicht, um das zusätzliche Volumen der Flüssigkeit aufzufangen. Die Benzinmenge, die überläuft, ist die Volumenzunahme des Benzins minus die Volumenzunahme vom Tank. Es laufen also 0,761 Liter über. Bei dieser Aufgabe schauen wir uns an, wie sich die Dichte bei Temperaturänderung verhält. Bei Aufgabe aber rechnen wir, wie groß die Dichte von Quecksilber bei einer Temperaturerhöhung von 60 Kelvin ist. Nehmen wir die Definition von Dichte, also Masse durch Volumen. Nehmen wir ein Anfangsvolumen V0 an. Dann ist die Masse die Anfangsdichte mal das Anfangsvolumen, und das neue Volumen ist das Anfangsvolumen plus die Volumenänderung. Die Volumenänderung berechnet sich als Gamma mal V0 mal Delta T. V0 kann man kürzen und wir erhalten Rho 0 durch 1, plus Gamma mal Delta T. Wir setzen die Werte ein und erhalten 13.399,7 Kilogramm pro Kubikmeter. Bei der zweiten Aufgabe wollen wir wissen, bei welcher Temperatur die Dichte exakt 13,5 Gramm pro Kubikzentimeter beträgt. Dazu lösen wir die Gleichung nach Delta T auf, indem wir als erstes mit dem Nenner multiplizieren. Wir subtrahieren Rho. Wir dividieren durch Rho mal Gamma und erhalten Delta T. Die gesuchte Temperatur ist nun die Anfangstemperatur plus die Temperaturänderung. Das gibt 38,7 Grad Celsius.